Hallo und willkommen zum T3N Daily vom 31. Januar. Heute geht es um eine KI, die Aliens aufspürt. Außerdem die erschwerte Rückgabe von Amazon E-Books, schwebende Feenroboter, manipulative Online-Shops und ein Algorithmus, der Partys verhindert. Die Suche der Menschheit nach außerirdischem Leben im All hat vielleicht einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht. Ein neuer Deep-Learning-Algorithmus soll jetzt nämlich dabei helfen, akustische Signale aus den Tiefen des Weltraums zu filtern. Radiowellen sind in der Lage, sehr weite Strecken zurückzulegen, aber bisher sind die riesigen Datenmengen, die Radioteleskope empfangen, überlagert von tausenden Störgeräuschen. Manche davon sind irdischen Ursprungs, zum Beispiel erzeugt durch Handys und GPS-Geräte, andere stammen von astrophysikalischen Phänomenen. Die künstliche Intelligenz ist in der Lage, diese erklärbaren Töne auszublenden und nur die noch unerklärlichen übrig zu lassen. So ist es schon gelungen, acht Geräusche zu identifizieren, die der bisherige Algorithmus tatsächlich überhört hatte. Die Ergebnisse müssen jetzt noch weiter ausgewertet werden. 14 Tage hat man bisher Zeit, um ein E-Book nach dem Kauf bei Amazon ganz einfach per Knopfdruck wieder zurückzugeben. Weil das wohl vielen KundInnen reicht, um ein komplettes Buch zu lesen und sie dann ohne jede Schwierigkeit den Kaufpreis zurückfordern können, hat der US-Autorenverband Authors Guild bei Amazon Beschwerde eingelegt. SchriftstellerInnen und BuchhändlerInnen bemängeln die viel zu einfache Rückgabepraxis, die häufig zum Missbrauch führt und somit den gesamten Buchmarkt schädigt. In Folge hat Amazon jetzt beschlossen, die Reklamationen von E-Books zu erschweren. Künftig müssen KäuferInnen, die mehr als 10% eines Buchs durchgelesen haben, zuerst KundenberaterInnen kontaktieren und die Rückgabe genehmigen lassen. Allein die Umständlichkeit des Verfahrens soll potenzielle GratisleserInnen abschrecken. Auch in Deutschland wird die neue Regelung in Kraft treten, zu welchem Zeitpunkt ist allerdings noch nicht bekannt. Sie sind nur 1,2 Milligramm leicht und können fliegen. Winzige Polymer-Montageroboter, die von der Light Robot Group an der Universität Tampere entwickelt wurden. Die kleinen Konstrukte aus sogenanntem intelligentem Material schweben im Wind und können gezielt mit LED-Licht gesteuert werden, das sie gleichzeitig mit Energie versorgt. Die Feenroboter sind sogar in der Lage, ihre Form zu verändern und sie den Umgebungsbedingungen anzupassen. Eingesetzt werden sollen sie hauptsächlich in der Landwirtschaft. In ferner Zukunft könnten sie beispielsweise die Aufgaben von Bienen bei der Bestäubung von Pflanzen übernehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, stehen die ForscherInnen allerdings noch vor der Herausforderung, eine nachhaltige und wiederverwendbare Produktion der Mini-Roboter sicherzustellen. Wie die EU-Kommission bei einer Untersuchung herausgefunden hat, setzen 37 Prozent der 399 überprüften Online-Shops auf manipulative Methoden, die gegen das EU-Verbraucherrecht verstoßen. Mit sogenannten Dark Patterns bringen die Websites KundInnen dazu, bestimmte Kaufentscheidungen zu treffen. Auf 42 Seiten befanden sich zum Beispiel falsche Countdown-Zähler, die ein begrenztes Angebot suggerieren, aber nach Ablauf wieder zurückspringen. 54 Seiten griffen auf falsche Hierarchien zurück, bei denen VerbraucherInnen durch die bloße Gestaltung der Seite zu teuren Angeboten und Abonnements geleitet werden. 70 Online-Shops versteckten maßgebliche Informationen über Lieferkosten oder Produktzusammensetzung in kleiner Schrift oder kontrastarmer Aufmachung. Der EU-Justizkommissar fordert jetzt, nationale Behörden auf, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Buchungsseiten für private Unterkünfte wie Airbnb fahren seit einiger Zeit eine strikte No-Party-Policy. Zu viele Beschwerden und sogar Todesfälle haben dazu geführt, dass die Buchung von Häusern und Wohnungen zum Veranstalten großer Feiern jetzt ganz verboten ist. Allerdings tun sich die Unternehmen oft schwer, die Pläne der Gäste vorauszusehen. Das Travel-Tech-Startup Verbo hat jetzt einen Algorithmus entwickelt, der anhand verschiedener Faktoren bei der Gästezahl und der Aufenthaltsdauer berechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit einer nicht genehmigten Party ist. Ausgefilterte Gäste werden per E-Mail auf das Feierverbot hingewiesen und vor die Wahl gestellt, ob sie die Buchung beibehalten wollen. So sollen laut Verbo bereits 500 Partys und damit geschätzte Schäden in einer Höhe von 2,5 Millionen US-Dollar verhindert worden sein. Das war's auch schon wieder mit dem T3N Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.